Researcher's Day ist ein Event für die große publik und auch für die jungen insbesondere, wo die Forschung der Wissenschaft in den Mienobricht geht. Das spielt über zwei Tage auf. Den ersten Tag ist es spezifisch für die Schulklassen aus dem Lissé und den zweiten Tag ist es auch für die Familie und für die große Kleine. Das ist ein ganz wichtiges Teil der Forschung. In einer moderne Forschungsgesellschaft, in einer moderne Organisation von der Forschung gehört die Kommunikation zu einem wesentlichen Bestandteil von einer Forschung. Ich habe einen Science Café présentiert. Das war eine Aktivität, die in einer vulgarisation bedeutet, für die Menschen, was die Nanomädezine war, was sie können, und auch ein bisschen dämystifieren, zwischen der Science-Fiktion und der Realität heute, bei der Nanomädezine und dieser Science. Wir haben ein System entwickelt für ein Auto, für nur die Besserung können, zum Beispiel ein Föstergänger oder Deren, sich zu erzeugen. Wir wissen, wie die Thermographie funktioniert. Was machen wir damit? Wir haben ein Labokamera, wir haben eine ganz verschiedene Bieren, mehr Energieeffizienz sind wie andere, sind zwar sehr wichtig, mit denen gibt es viel mehr Wärme, wie die anderen kann man mit einer Thermokamera schön weisen. Forschung gibt es bei vielen Sachen, die in einem Alltag eben gut. Man darf in Frankreich sagen, dass der Forschung nicht nur für sich, sondern für die Mädchen, der das Geschmack effizient ist. Man hat dann auch die Leute, die weisen. Man darf vielleicht in die Junker losgehen, um an die Mädchen zu gehen. Ich meine, das ist eine Zukunftschance für das Land, und da soll ihn dadurch so oft wie möglich dabei sein. Ich kann mich nicht freundlich daran erinnern, wie mir Kanne wäre, wenn ich mir rausgegangen bin, an der Bulli, mit allmählichen Sachen gespielt, die in den Empfang gekommen sind. Und das ist dadurch, dass ich mich sehr interessiert. Wenn jemand mirkt, wenn ich kann abpacken, wenn ich kein Tast, wenn ich kein Gesinn, wenn es bloß knüpft, wenn es stinkt, wenn etwas geschieht, dann ist es gerade interessant für Kanne. Und du für so, nicht als der Dürmer, wo er in einem Flottpädagogisch oder weiß, kann weiterkommen, und du für das ist das, dass ich mich auch den richtigen Punkt für den anderen tue, bei denen alle gute Norfjett zurückführe. Ich habe gesehen, dass Wissenschaft er mehr Brecken festgestellt hat, als wir das vielleicht reell am chemischen oder fysisch können. Ich habe gesehen, dass es eine applikation ist, was ein was man in der Naturwissenschaftler machen kann. Die Aktivitäten waren sehr interessant. Das war sehr, sehr gut. Ich mag es sehr gut. Das Blut-Test, das hier auf der Seite ist, war sehr interessant. Es war lustig, zu herausfinden, welchen Blut-Typen es gibt. Man lernt viele neue Sachen. Man kann die Sachen probieren. Der Verkaufel ist eine neue harsh Schilder-Karte. Sie bes voyez, sagt die Sachdeckung, der von uns ins Stuttgart, diese Sachdeckung ist die die Sachdeckung und die die Sachdeckung. Die Sachdeckung ist eine Karte, Es gibt viel Lebensmögliche. Wer lieber die Sachdeckung,